willkommen zurück zu einer weiteren sniper geladen und folge konnte für die moderne warfare 2 die kampagne checkt alles ab wie schon so oft genug gesagt habe ja einfach das court instant gaming wenn es ein gaming bis ende des monats auf mein discord ist nur ein gewählt bis weihnachten checkt das alles ab wenn nicht dann verpasst ihr wirklich was und ich würde sagen wie gehen wir wieder weiter rein ohne das wollte ich jetzt sagen ich hoffe jetzt ohne untertitel ich habe mal geguckt ab noch mal alles neu gestartet noch mal mein game normal ist aktualisiert und so weiter ich hoffe jetzt ohne untertitel ohne bugs eventuell auf ehre wer schön was hatten wir jetzt captain leuchtturm mir nach jungs weiter wir sind ein kleines team wenn sie verstärkung auf das schnell unbequem Wir haben hier eigentlich nichts zu suchen, sonst wären wir mehr. Das stimmt, Kate. Geh davon aus, dass das Kartell alle Kämpfer mobilisiert hat. Rechne mit starkem Widerstand. Dank des Nebels und der Tarnanzüge werden sie uns nicht kommen sehen. Erkundungsscharfschütze, das ist ein Ding, Captain. Bravo an Watcher. Wir sehen den Fuß des Leuchtturms. Positionieren uns hier. Wo bist du denn? So. Sie wollen nicht, dass uns eine Patrouille hier erwischt. Okay. Sie tragen Panzerung. Ziel auf den Kopf, wenn du angreifst. Wir müssen das Kartell von diesem Ziel entfernen und vorrücken. Er ist ganz allein. Zweieinhalb Striche. Okay. Hab ihn. Nice. Scheiße. Wachsam bleiben. Sie dürfen die Leichen der anderen Patrouille nicht finden. Erledige ihn. Sein Volk gehört mir. Was war denn jetzt mit... Was war denn mit... Was war denn mit Price los? Auf einmal war er völlig beurfordert. Er ist in Sichtweite von zwei anderen. Kannst du die Stelle wechseln und zwei auf einmal treffen? Mal einfach so. Oh oh. Mist. Er hat einen Schuss gehört. Fick ihn. Getroffen. Sie ziehen sich ins Innere zurück. Auf die Fenster achten. Jetzt gibt's Action hin, Leute. Schütze eliminiert. Sir, sie schießen zurück. Ruhig bleiben. Position halten. Das ist wirkungslos. Sie sehen uns nicht. Das World-Escat feuert blind auf uns. Nicht zu sehen. Sie wissen nicht, wo ihr seid. Kein Kartell mehr im Gebiet. Super. Alle tot durch plötzliches Loch im Kopf. Verstanden. Finde einen Weg hinein. Wir müssen wissen, ob Raketen in diesen Gebäuden versteckt sind. Alles klar. Ich bin dabei. Jetzt geht's Actionreich weiter, ne? Ich wollte euch einmal keinen Ziyolo gar nicht mehr. Unfassbar. Äh. Guck mal einfach mal weg kurz und dann hängt man am Stein fest. Oh, jetzt geht's dir gut. Ich hoffe. Ich überlege, ob wir das neu machen, aber ich... Nö, nö. Action ist auch mal wieder schön. Sag ich ehrlich. Hm. Aber was anderes. Alarm. Oha, Bro. Hier sind immer noch viele. Ne, ist ja so geil. Ah, die hab ich schon. So. Rauf hier. Und dann... Runsen wir mal hier durch, würde ich mal sagen. Mit... Mit... Wollen wir mal machen. Nu haben wir eine Blendgranate. eine leckere rochgranate drei meter entfernt die 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 Soll ich von oben einfach kommen? Sollen wir nehmen den? Warum ist sein Kopf nicht broken? Gegangen? Das war ein Captain auf dem Kopf. Habe ich doch gemacht. Herrlich. Immer diese Lügen vom Captain. Komm runter, Brauner. Sehr schön. Alles klärtchen. Wir haben ja noch zu viel Auswahl. Wir können mal C4 runterschmeißen. Mal gucken, was ist es. E-Turnieren. Doppeltippen. Tot von oben. Oh. Saftig knaftig. Da ist noch jemand. Habe ich? Ja. Auf Setmark. Angeschossen. Okay. Kann man. Verschlossen. Oh, wir können durchlonsen. Servus. Ja, machen wir mal den hier ran. Alles gut. Mein Gott. Garage sicher. Durchsuchen. Captain, diese Typen sind nicht vom Kartell. Ich habe was. Kisten und Koffer. Alles russisch. Was ist drin? Sie sind leer. Frisch ausgepackt. Russland unterstützt den Iran. Vielleicht helfen Sie Hassan auch direkt. Das wird immer größer, John. Die Gebäude gegenüber sind noch bewacht. Sichere sie und such den Eingang zu diesen Tunneln. Okay. Okay, den drücken. Oh, ich will zumachen. Easy. Ich würde sagen, wir machen das gleiche wieder. Oh. Passieren wir uns dann hier hin. Oh. Du. Ja, Mann. Treffer. Geh da hin. Kann ich nicht. Entschuldige. ist ja alles real Das habe ich doch zur Auswahl. Schnell, schnell, schnell. V-Gonade. Das kann man. Das kann man. Das kann man. Sorry. Ja ne? Sieht man wie blöd du bist man. Und unzählige Pakete voll ab. Mann, 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 Mann. Was bin ich? Raketen. Negativ. Sieht nach Wohnbereich aus. Bleib da Gas, ich schluss zu dir. Wir müssen einen Weg in dieser Tunnel finden. Die Frage ist wo? Von wo komme ich denn? Ich kam von hier. Hä? Was ist das denn? Hä? Okay. Ich schiebe, du ziehst. Okay. Kate, wir haben den Durchgang. Gute Arbeit. Sieht ihr besser an? Jackpot. Zur Info, Boote nähern sich meiner Position. Könnten Fischer sein. Haltet euch an die Mission. Gehen nach. Steige ihn ab. Wo heißt es? Äh... Action genommen. Im Gegensatz zu mir. Alter vor Schönheit, Captain. Ein Gegenschlag. Vielleicht gehen die kaputt auf gut Glück. Ganz schön weitläufig. Muss zum Wasser führen. Kate, ich bin in den Tunneln. Sie führen zur Küste. Alles okay? Die Boote nähern sich weiterhin. Bisher kein Ärger. Das gefällt mir nicht, Kate. Das gehört zum Geschäft, John. Du solltest nicht allein da draußen sein. Bin ich nicht. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Ja. Haben wir. Easy. Ganz, ganz ruhig. Sicher. Endstation. Sieh dir das an. Ein U-Boot. Was zur Hölle? Boah, das ist geil. Die Kartelle nutzen sie für den Transport. Da passt eine Rakete rein. Gerade so. Aber das Ding schaffts nie über den Atlantik. Kate, wir sind in einer Höhle direkt vor der Küste. Keine Wachen, keine Raketen. Verstanden. Bin direkt gegenüber. Ich hab hier Probleme, John. Okay, wir kommen. Gas. Richtet deine Waffe aufs Meer. Was ist los? Boote nähern sich. Sieht aus wie Alcatala. Sie haben Waffen. Kontakt! Greife an! Kate! Mein Gott. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Nein. Sie haben sie umsingelt. Kein Ausweg. Harish. Mein Gott. Mein Gott. Ich hab's. 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 Nehmt eure dreckigen Hände weg. Sie ist auf dem Alcatala Boot. Sie entführen sie. Sie haben sie, Kapitän. Sie haben Laswell. Wir müssen verschwinden und mit Shepard reden. Na los. Wir müssen Laswell zurückholen. Los geht's. Ein Lebenszeichen. Woher stammt das? Wo ist Sixtan? Da. Sie fahren nach Osten. Vermutlich nach Almazra. Sind sie im Untergrund, verlieren wir sie. Wir führen das Team an. Das werden sie nicht tun, John. Wiederholen, General? Das ist ein Tauziehen, Jungs. Wir müssen zurück, nicht nach vorn. Seit wann? Seit jetzt. Wir schicken nicht gleich die Kavalerie. Diese Dinge brauchen Planung und Vorbereitung. Diese Dinge brauchen Gewalt und Timing. Ich kann beides. Kates Leben rennt euch eine Sanduhr. Ich weiß, sie sind sauer, Captain. Es war auf ihrer Mission. Und das ist schwer zu akzeptieren. Sollen wir sie etwa aufgeben? Ich sage nur, ich kann ihnen nicht helfen. Aber ich halte sie auch nicht auf. In zwölf Stunden ist sie zurück. Sterben sie nicht, John. Lasville würde das nicht wollen. Und ich auch nicht. General, ich dachte, Kate wäre eine Freundin. Krieg kennt keine Freunde. Er kennt nur Feinde. Viel Glück. Wir kämpfen gegen Alcatala in ihrem Revier. Da werden Hunderte sein als Wachen für Lasville. Es fehlt eine Armee. Die kann ich besorgen. Nick! Burry! Commander, Alcatala ist hier. Okay, ich sehe sie. Du fährst zum Sammelpunkt. Wir sehen uns da. Ja, ma'am. Captain, die Zeit ist reif. Roger. Landung in eins. Weg. Konvoi ist unterwegs. Es geht los. Er ist ganz. Sieht über der Landezone. Gut. Bring ihn runter und warte. Gers. Du bleibst im Heli zur Überwachung. Wir arbeiten uns vor. Roger. Ich schaffe ihn runter und warte. Auf euch Platz. Holen wir Lasville. Hey, alter Mann! Farah! Danke für die Hilfe. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Und einen Freund in Not. Bereit? Alles bereit. Wir sehen uns auf der Straße. Alle Stationen. Wir sind unterwegs. Bestätigt. Verstanden. Leg. Grünes Licht. Achtung, es geht los. Punkt check. Und damit würde ich auch wieder mal sagen, dass es mit dieser Folge war, die Zeit, dass ich mit dieser Folge war so, ja, aber mit dieser, ich bin sprachlos. Ja, ich bin sprachlos. Die Zeit rennt weg wie ein, weiß ich nicht was. Wirklich. Das ist krass, ne. Ich habe jetzt, ihr seht das ja auch, ne. Also wenn ihr jetzt diese Folge seht, habe ich immer noch am gleichen Tag aufgenommen. Ich habe mittlerweile, ich weiß nicht, sieben Folgen oder so. Und die, ich weiß auch nicht, die Zeit rennt wirklich schnell davon. Das ist krass. Du kannst mittlerweile wirklich kein Game richtig mehr genießen. Weil, wenn du Spaß hast, wenn es, also wenn es wirklich Spaß macht, so. Und so weiter und so fort. Eine Action geladen ist, dann, äh, geht die Zeit, äh, da geht die Zeit, äh, weiß ich nicht. Dann ist es vorbei. Gefühlt. Naja, jedenfalls, checkt alles ab, lasst eine Bewertung da. Und, äh, wir hören uns und sehen uns in der nächsten Folge, ja. Haut rein. Tschüss. Musik. Musik.